Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 562. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Marvin. Gude, hallo. Und in ein paar Minuten sollte noch der Dennis dazukommen, der ist noch auf dem Nachhauseweg von der Arbeit. Marvin hat es gerade so ins heimische Podcaststudio geschafft und ich habe es irgendwie geschafft, dass mein Internet wieder funktioniert. Von daher sind wir jetzt da, um hier heute für euch über die Eintracht zu reden. Bevor wir das tun, aber wie immer, und das habe ich letzte Woche vergessen, Schande auf mein Haupt, natürlich ein bisschen Hausmitteilung hier am Anfang. Weil, wie ihr als geneigte Dauerhörerin oder Dauerhörer ja wisst, könnt ihr uns unterstützen, damit wir hier Woche für Woche über die Eintracht reden können. Jetzt in besseren Zeiten als im letzten Jahr und wir hoffen, dass das noch lange so bleibt. Aber ja, stellvertretend suchen wir uns ja immer ein paar Namen raus von Menschen, die hier als Unterstützer um die Ecke kamen und das haben in den letzten Wochen der Helmut, die Martina, der Christian und die Birgit getan. Von daher geht der Dank stellvertretend an die vier raus. Und wenn ihr da draußen uns auch unterstützen wollt, dann schaut ihr mal auf eintracht-podcast.de vorbei. Da gibt es eine Support-Seite und da findet ihr alle Infos, wie ihr uns hier unterstützen könnt. So, und jetzt sprechen wir über die Eintracht. Lieber Marvin, nach dem Spiel der Eintracht am vergangenen Wochenende. Ist ja jetzt vier Tage her. Ich weiß, man will da jetzt vielleicht nicht mehr so ganz viel drüber reden, aber wir müssen es zumindest mal kurz noch sprechen. Wie ist denn jetzt so dein Gemütsspielraum vier Tage danach? Oh, gute Frage. Also, er ist mittlerweile wieder auf einem akzeptablen Niveau, muss ich sagen. Also, ich habe mich einigermaßen beruhigt. Ich muss sagen, war schon ein bisschen erzürnt, was da so am Wochenende vor sich ging. Aber mittlerweile ist es wieder in Ordnung, denn ich blicke ja mit großer Vorfreude auf das Spiel am Donnerstag. Europacup, das ist ja unser Lieblingswettbewerb. Und da habe ich große Laune und großen Bock, geht auch relativ früh an dem Donnerstag dann los. Insofern ist der Unmut ein wenig verflogen bezüglich des Leverkusenspiels. Natürlich, das Spiel sah jetzt auch nicht nach einem Unentschieden aus, mit dem wir uns mit einem Punkt nach Hause hätten retten können. Aber am Ende muss man ja schon sagen, dass der fade Beigeschmack, er bleibt immer noch ein wenig. Denn die Grundsituation, sie bleibt unbefriedigend. Ja, ich glaube, wir waren schon so lange wie, so nah wie lange nicht mehr, das war das, was ich sagen wollte, an einem tatsächlichen Unentschieden gegen Leverkusen und damit mal wieder, also in Leverkusen und damit mal wieder Punkten, die wir von da aus entführen können, dran. Du hast es ja immer mal in so Spielen, dass vielleicht dein Spielverlauf jetzt nicht irgendwie drauf hindeutet, dass da jetzt irgendwie es ein Unentschieden gibt. Wir sprechen gleich ja auch nochmal über den Europapokal, aber ich sage mal, das Spiel gegen Pilsen vor ein paar Wochen, das hat jetzt auch über lange Zeit nicht danach ausgesehen, als wenn es irgendwie ein Unentschieden war. Und am Ende ist es dann so gekommen. Also hast ja dann auch immer so ein paar diese Situationen, die es dann irgendwie kippen können. Von daher, ich bin nach wie vor der Meinung, dass ein Unentschieden da schon irgendwie gerecht gewesen wäre. Klar hat Leverkusen mehr Chancen gehabt, aber wir haben ja auch bei der Eintracht der Vergangenheit gesehen, dass wir zwar wenige Chancen, aber dafür oftmals auch Hochkarätige haben. Die waren ja auch da wieder mit dabei. Von daher, ich schwanke da immer noch so ein bisschen. Ich bin vielleicht noch nicht so ganz auf dem Niveau wie du, dass ich das so weggesteckt habe. Aber ich bin da immer noch so ein bisschen sprunghaft in meiner Gefühlswelt danach. Naja, die Sache ist jetzt auch vollkommen nachvollziehbar im Grunde auch. Denn hier ist ja nicht eine Einmaligkeit, die sich hier breit tut, sondern es sind immer wieder die gleichen Situationen, dass du nicht weißt, wann greift der VAR ein, wann greift der VAR nicht ein. Und man kommt mit so einem merkwürdigen Gefühl raus, weil naja, ich sage mal so, die ersten beiden Elfmeter, die gepfiffen wurden, da muss man sagen, ja, hätte man jetzt weniger geben müssen fast als das, was am Ende dann passiert ist. Klar kann man dann mit der letzten Szene dann mehr oder weniger sagen, ja, naja, Eke-Tike wäre der Ball vielleicht eh versprungen und es wäre ja nicht wirklich eine torgefährliche Szene gewesen, weißt du nicht. Trotzdem ist ja unabhängig davon eine Berührung da, die in meiner, für mein Dafürhalten halt zu einem Elfmeter hätte führen müssen. Und was mich halt noch eigentlich fast mehr ärgert in der Gesamtbetrachtung, denn natürlich können Fehler immer wieder passieren. Wir sind alles Menschen. Wirklich jeder von uns kann Fehler machen. Das wissen wir auch und das machen wir täglich. Und auch Schiedsrichter müssen in der Lage sein, Fehler machen zu dürfen, ohne dass man sie dafür kasteit, ohne dass man dafür irgendwie, keine Ahnung, den Kopf wegfordert oder sowas. Das ist alles in Ordnung. Das gehört dazu. Was aber vielleicht in Zukunft dazugehören sollte, wäre einfach ein bisschen mehr Ehrlichkeit. Ein bisschen mehr sagen, Leute, das war kein guter Tag von mir. Ich habe von Anfang an nicht die Spielführung gehabt, die ich mir vorgestellt hätte. Ich habe von Anfang an irgendwie die Linie irgendwie falsch gelassen. Und im Endeffekt, und das ist das, was mich auch daran ärgert, am Ende hat er wahrscheinlich den Elfmeter sich noch nicht mal angeschaut, den Potenziellen, weil er schon das Gefühl hatte, dass er schon zwei Elfmeter gegeben hat. Weißt du? Also ich glaube, man muss sich auch ein bisschen in die Lage des Schiedsrichters hineinversetzen. Und ich glaube, der hat davor gedacht, Alter, ich habe irgendwie zwei Merkwürdig Elfmeter gegeben. Ich kann jetzt nicht noch sowas machen. Ich kann nicht noch mal. Auch wenn es Quatsch ist und auch wenn das eigentlich dazugehört, weil es gibt Freak-Spiele, die entscheidest du nur durch Elfmeter. Das kann passieren. Das ist völlig in Ordnung. Aber ich glaube, das spielt bei ihm auch so ein bisschen rein. Und das ist auch menschlich, weil ich glaube, wir würden genau das Gleiche denken in so einer Situation. Aber dann muss er darüber hinweg springen. Und selbst wenn er sich's anguckt und dazu sagt, mir war's nicht klar genug, dann hab ich wenigstens das Gefühl gehabt, er hat sich's angeguckt, er hat dann gesagt, okay, ihm ist es nicht genug, dann ist es okay. Aber sich das nicht mehr anzugucken, ach, das ist schon scheiße. Ja, also dieses ganze Ding war halt irgendwie seitens der Spielleitung irgendwie sehr inkonsequent. Und verschiedene Aussagen, die jetzt da im Nachhinein getroffen sind, sind eigentlich auch tatsächlich die, die mich mehr aufregen als der tatsächliche Spielverlauf. Ich meine, das kennt man als langjähriger Fußballfan, dass so einzelne Entscheidungen dann vielleicht auch mal gegen einen gefällt werden oder die halt eben nicht gefällt werden. Und dass das dann irgendwie natürlich auch so ein Stück weit die Emotionen in dem Spiel dann irgendwie ausmacht. Damit hab ich mich mittlerweile abgefunden. Was mich wirklich auch mehr, immer mehr oder nach wie vor noch nervt, ist, dass man so dieses Gefühl hat, irgendwie an dieser Stelle sehr betrogen worden zu sein. Nicht, weil die Entscheidung so gefällt worden ist, wie sie gefällt wurde, sondern weil man immer mehr das Gefühl bekommt, dass da einfach strukturell Probleme in diesem Gesamtsystem liegen und dass von keiner Seite wirklich das Interesse besteht, diese grundlegenden Probleme irgendwie auszuräumen und es irgendwie besser zu machen, sondern dass man jetzt versucht, sich irgendwie wegzuducken und hinter fadenscheinigen Erklärungen und Argumenten zu verstecken. Das ist eigentlich das, was einen noch mehr irgendwie stört. Weil es ja auch so den Ausblick nach vorne gibt, von wegen, naja, das war jetzt, wie du da richtig gesagt hast, keine Einmaligkeit. Das heißt, das wird uns im Verlauf dieser Saison und der kommenden Saisons noch irgendwie öfters begegnen und es wird nicht besser. Und alle handelnden Personen haben irgendwie kein Interesse daran, es besser zu machen. Es gibt viele Menschen, die richtige Fragen stellen und Diskussionen irgendwie führen. Die werden aber halt nicht von denen geführt, meiner Meinung nach, oder zumindest bekomme ich es nicht mit, die halt einfach an diesem System was ändern können. Und das ist das, was mich halt mehr und mehr einfach nervt. Verstehe ich auch. Und das bleibt ja, dass eine gewisse Unehrlichkeit in der ganzen Sache am Tag und in der Nacht zu sehen ist und du dir die Frage stellst, ja, warum könnt ihr nicht zu einem ehrlichen Diskurs zurückkehren? Sagt, dass ihr Fehler gemacht habt, sagt, dass ein paar Sachen nicht gut gelaufen sind. Und dann wischen wir uns den Mund ab und sagen, okay, komm, weiter geht's. Es passiert. Es ist ja nicht so, als würde die Eintracht jetzt am laufenden Band der Benachteiligte sein. Klar, wenn wir uns die aktuelle, die wahre Tabelle in Anführungsstrichen angucken, dann würde man schon sagen, ja, wenn wir die aktuelle Tabelle uns angucken, dann müsste man vielleicht schon sagen, ja, die wahre Tabelle, ist die Eintracht benachteiligt worden. Aber wir alle kennen natürlich Szenen, in denen die Eintracht, sage ich mal, nicht benachteiligt wurde. Das passiert und das ist auch okay, wie gesagt. Aber es wäre besser auszuhalten, wenn Leute sagen, Leute, klar, das Spiel ist mir da in gewissen Phasen entglitten. Das hat Jablonski das letzte Mal gemacht, fand ich mega cool. Do it more often. Also wir sind irgendwie generell zu einer Politik zurückgekehrt oder vielleicht sehen wir sie gerade im ganz gesellschaftlichen, dass Fehler nicht mehr zugegeben werden und das nervt. Weil es ist doch gar kein Drama. Es ist doch gar kein Drama, das zuzugeben. Und niemand sagt, okay, das halte ich dir jetzt vor. Weil wie schwach wäre es dann auch, dann noch auf Leute, die schon ehrlich sind, dann noch öffentlich einzuschlagen. Ich glaube, das würde nicht passieren. Aber nein, was passiert? Irgendwelche vollgesoffenen Clowns setzen sich dann hin und verteidigen das offensichtlich Falsche. Das ist halt dumm. Und das macht auch, ehrlich gesagt, für den Zuschauer, Zuschauerinnen, nicht irgendwie großartig viel Vertrauen in dem Werder und was da bearbeitet wird. Und das ist halt das Ding, weil du willst ja eigentlich sagen, hier, der Schiedsrichter sollte im besten Fall gar nicht zu sehen sein. Du solltest den nicht hören. Du solltest gar nicht wissen, wer da auf dem Platz steht. Und am Ende des Spiels sollte es einen Gewinner geben oder einen Verlierer. Und je nachdem, vielleicht gibt es nochmal einen Unterschieden. Und dann solltest du nicht immer darüber sprechen, was mit dem Schiedsrichter war. Aber momentan ist das halt leider oftmals nicht der Fall. Ja, das ist halt wirklich das Schade daran, dass einfach dieses komplette sportliche Wirken in dieser ganzen Betrachtung sehr in den Hintergrund rückt. Und gerade wenn man sich die Spiele der Eintracht in der Vergangenheit anguckt, dann waren da ja sehr viele Spiele dabei, die eigentlich sehr viel Grund dazu geben, eben über das Sportliche der Eintracht zu reden. Ich meine, in dem Spiel gab es jetzt vielleicht auch die ein oder andere Situation, wo man sagen muss, wenn man das jetzt mit den Spielen davor, und das war ja gerade das Bayern-Spiel vor der Länderspielpause, wenn man das halt vergleicht, dann gab es da jetzt Sachen, die jetzt nicht ganz so gut funktioniert haben. Und das hatte ja auch Topmüller heute in seiner, in der Vorbereitungspressekonferenz auf Riegerske gesagt, dass er sagte, in der Defensivleistung war man nicht ganz so konsequent, wie er sich das irgendwie gewünscht hat. Und in den Offensivläufen, in den Läufen, in den Rückraum war man vielleicht auch nicht so ganz optimal unterwegs, aber es gibt ja trotzdem sehr viel Positives auch bei dem Spiel, was man eben besprechen kann, dass unsere Offensive nach wie vor absolut großartig ist. Das ist das Zusammenspiel, Mamouche, Eketike, und du jedes Mal das Gefühl hast, wenn Mamouche den Ball hat, dass da irgendwas geht, dass aber auch das Mittelfeld da immer mehr reinkommt, dass Lars so nach wie vor irgendwie ein absoluter Treiber im Mittelfeld ist. Es gibt ja auch so viel Gutes, Sportliches, was sich irgendwie zu besprechen lohnt, und das hat man bei dem Spiel jetzt irgendwie komplett außer Acht gelassen. Aber dann machen wir das doch mal, aber ich finde es doch ganz gut, jetzt haben wir diese Elfmeter-Diskussion jetzt ja nochmal, würde ich sagen, fast abgeschlossen. Und dann ist es aber mal ganz interessant, da mal reinzugucken. Du hast eben gerade gesagt, Offensiv war der grundsätzlich ganz gut gefallen. Ich glaube, da gab es auch Höhen und da gab es ein paar kleinere Tiefen, aber gerade die Offensivabteilung, ja, mit Eketike und Mamouche war tatsächlich gut. Ich würde tatsächlich schon aber sagen, du hast Lars noch positiv angesprochen, bin ich bei dir. Auch ein Götze hat mal wieder gezeigt, dass er durchaus für dieses Team einfach sehr, sehr wichtig ist. Aber auch ist klar, auf Dauer können wir halt Bayern noch nicht Paroli bieten, aber was halt geil ist, in den vergangenen Jahren, als Unterschied zu den vergangenen Jahren herausgestellt hat, ist, dass wir die zumindest mal ärgern können. Also Bayern ist eine herausragende Mannschaft, die haben auch am Samstag echt auf einem geilen Niveau gespielt. Also na klar, könnte man mal sagen, Radelski hat jetzt nicht den besten Tag gehabt, aber andere Spiele haben echt gezeigt, dann diese Kurzkombination, wo du denkst, holy guacamole, wie schön ist das denn? Das Tor von Anderich war herausragend. Da muss ich auch sagen, da kann man ja auch Dinge kaum verteidigen. Aber dann ist es natürlich auf der anderen Seite auch so, dass die Eintracht in gewissen Situationen Akzente gesetzt hat. Mamouche hätte früh sogar das Führungstor machen können ohne Elfmeter. Also da waren schon positive Aspekte dabei, die mir auf jeden Fall Mut geben und die mir auch zeigen, die Eintracht scheint in diesem Jahr gefestigter zu sein als die letzten. Ja, und auch gerade in so einem Spiel, wo du eben ja auch diese Höhen und Tiefen hast, dass du dann halt auf dich vertraust und dass du einfach merkst, die haben Bock zu spielen, die sind gallig drauf, da jetzt irgendwie Tore und Punkte irgendwie mitzunehmen und bis zuletzt da einfach nicht einstecken, was wir ja auch jetzt in den vergangenen Spielen immer wieder gesagt haben. Das war halt einfach schon, auch wenn wir jetzt am Ende des Tages da keine Punkte mitgenommen haben, war das aus Eintracht-Fansicht ein angenehmes Spiel anzuschauen. Und da können wir jetzt vielleicht auch den Dennis mal mit ins Boot nehmen. Dennis, wie angenehm fandst du denn dieses Spiel da am Samstag zu sehen? So, hallo erstmal, entschuldige die Verspätung. Frisch aus dem Auto, direkt am Rechner sozusagen. Ja, gib einen Eintrag ins Klassenbuch, aber das kennst du ja. Wie es halt so ist, blauer Brief nach Hause. Genau, kenne ich ja auf jeden Fall. Aber gut, zum Spiel, also die erste Halbzeit, insbesondere so die erste halbe Stunde, hat mir eigentlich sehr gut gefallen, oder sagen wir es bis zum Tor dann auch, bis zum Andricht-Tor. Zweite Halbzeit, muss ich sagen, waren dann doch viele Sachen dabei. Hast du aber auch gemerkt, dass natürlich ein Alonso sich dann in der Halbzeit nochmal die Mannschaft offensichtlich etwas besser eingestellt hat, Leverkusen besser ins Spiel gekommen. Und du merkst natürlich dann auch, dass so Situationen wie die Einwechslung von Wirz dann schon nochmal auch ordentliche Faktoren bringen, die du einfach schwer verteidigen kannst. Aber, und was ihr schon richtig gesagt habt, man muss die positiven Aspekte sehen. Wir waren dran, dass wir da was mitnehmen in Leverkusen. Das hatten wir wirklich lange nicht. Die Stabilität ist da. Und ja, im Endeffekt, ersten 20, 25 Minuten, muss man auch sagen, waren wir eigentlich die bessere Mannschaft auf dem Platz. Dementsprechend bin ich eigentlich zufrieden. Ergebnis ist natürlich ärgerlich, aber ich glaube, und da sicherlich habt ihr schon über die ganzen Situationen, die gerade die letzte Szene und so weiter auch nochmal gesprochen, für uns auf der Seite. Schwierig, schade, aber hey, steckst du nicht drin, musst du damit leben. Die Leistung hat auf jeden Fall über beide Strecken der Eintracht mir auch ganz gut gefallen, muss ich sagen. Ja, es ist halt schon einfach schön zu sehen, dass dieses, und da hatten wir ja letzte Woche ja schon drüber gesprochen, Dennis, dass diese Botschaften, die man uns auch in der letzten Saison schon vermittelt hat, dass man Zeit braucht und dass sich Dinge entwickeln müssen, dass das halt einfach weiterhin seine Früchte trägt. Wir haben es eben da jetzt auch geschafft gegen eine der Mannschaften, die halt jetzt nach wie vor, glaube ich, Kandidat auf die Top-4-Plätze definitiv sind. Da können wir Leverkusen ohne weiteres mit dazuzählen. Ja, wie du richtig gesagt hast, Marvin, wir haben sie halt geärgert, wir haben ihnen viel abverlangt, wir haben da unser volles Können in die Waagschale geworfen, aber auch, wie Dennis gesagt hat, es gibt halt einfach Faktoren in dieser Mannschaft von Leverkusen, die du einfach nur schwer, wenn die einen guten Tag haben, verteidigen kannst. Und da hat es ja mit Wirts den Richtigen angesprochen. Und ich glaube, auch Boniface ist immer wieder schwierig zu verteidigen. Also da brauchen wir uns jetzt an der Stelle irgendwie nichts vormachen. Wobei Boniface ja wirklich genug Chancen ausgelassen hat. Man muss es immer in der Gesamtbetrachtung sich angucken. Das ist von unserer Seite aus, ich erinnere mich noch an den Pfostentreffer von Mamouche, ein genialer Spielzeug, der an der Stelle nicht belohnt wurde. Auf der anderen Seite hast du dann diesen Spielzug Andrich, wo ja viele sagen, Mensch, der Kell ist doch eigentlich nur Zerstörer und spielt dann da so ein feines Pingpong durch und steht dann alleine vor Drab, in Anführungszeichen, und schiebt das Ding halt rein. Das ist schon im Endeffekt eine Situation. Es ist ärgerlich, dass es dann an manchen Stellen so Kleinigkeiten waren, weil du warst wirklich sehr nah dran. Aber, und René, da bin ich nochmal voll bei dir, das defensive Mittelfeld oder diese Achse bei Leverkusen ist einfach nochmal ein bisschen gefestigter. Da kam auch ein bisschen mehr vom Motor her als jetzt, sag ich jetzt mal, die Achse Tuta Larsson. War Chaka Andrich, obwohl Chaka jetzt auch kein so überragendes Spiel gemacht hat, hat aber ein gutes Spiel gemacht. Da merkst du einfach, da können wir uns noch hinentwickeln. Das sind noch Schritte. Und trotzdem war es über lange Zeiten auch so, dass die Eintracht einfach nicht nur mitgespielt hat, sondern wirklich extrem gefährliche Chancen generiert hat. Und darauf müssen wir aufbauen. Und wenn wir die nächsten Spiele anschauen, erstens, es wird sich immer weiterentwickelt. Das ist super. Spieler kommen zurück. Ein Götze, der jetzt auch mal wieder ordentlich Spielzeit bekommt. Und auch vorne die Achse, obwohl jeder weiß, dass Mammusch gefährlich ist, konnte selbst Leverkusen. Und ich wette, dass Alonso da viele Dinge angesprochen hat, wie sie den verteidigen sollen. Der ist einfach auch nicht über die kompletten 90 Minuten zu verteidigen. Wir sind sehr effizient. Und dementsprechend mache ich mir auch keine Sorgen für die weitere Entwicklung der Eintracht. Sie haben das ja wirklich sehr, sehr probiert. Ich meine, Mammusch hatte zwischenzeitlich irgendwie drei Gegenspieler um sich rum. Und er hat es halt trotzdem geschafft, sich da irgendwie rauszulavieren und Offensivaktionen einzuleiten. Also was der Kerl da gerade irgendwie ableitet. Ja, beruhigend und gleichzeitig hat es mir in dem Moment auch Angst gemacht. Auf der einen Seite weißt du halt immer, wenn Mammusch den Ball bekommt, dann geht da irgendwas. Jetzt wird der eine oder andere wieder in den YouTube-Kommentaren schöne Grüße schreiben. Der Pessimist ist da wieder am Dauerreden. Auf der anderen Seite hat es mir auch dann kurz in dem Moment Angst gemacht, weil ich mir gedacht habe, so was passiert denn, wenn der Kerl jetzt einfach mal zwei Wochen nicht spielen kann? Aus welchen Gründen auch immer? Wer leitet denn dann so viele Offensivaktionen ein? Ja, verstehe ich, verstehe ich. Aber ich denke trotzdem, müssen wir da jetzt erst mal das Positive sehen. Denn es ist schon krass, wie Mammusch über Wochen und Monate das Niveau hält. Das ist schon toll. Also ich meine, das ist ein dauergefährlicher Spiel. Und Eketike ist auch gefährlich. Also ich meine, natürlich ist es schon krass, wenn du siehst, eigentlich gibt es bestimmt Leute, die Mammusch eigentlich weniger krass gesehen haben als Eketike. Wir sehen, dass er derjenige ist, der die Wochen für Wochen performt. Aber auch Eketike ist ein guter Spieler. Denn jetzt werden wir gleich, ihr werdet gleich noch darüber sprechen, wenn ich dann ein paar Minuten leider schon weg bin, weil ich morgen wieder früh aufstehen muss, werde ich nochmal über das Europacamp-Spiel sprechen. Aber es bleibt positiv und deswegen finde ich es auch wichtig, was Dennis gesagt hat. Die Tatsache, dass wir als Gegner ernst genommen werden, dass wir immer wieder auch die Chancen haben, dass wir eigentlich Leverkusen schon ein bisschen am Rande eines Punktverlustes hatten. Das ist schon ganz gut und du merkst, die Eintracht ist in den letzten Wochen wirklich stabiler, als es letztes Jahr der Fall war. Wir fahren nicht nach Leverkusen, holen uns da eine Packung ab und müssen uns wirklich wieder aufrichten. Das ist gar nicht der Fall. Weil selbst nach dieser knappen Niederlage gegen Leverkusen geht man erhobenen Hauptes raus und sagt, okay, alles klar, das geht schon. Also wir können das schon. Wir können die schon mal einen Tag irgendwie bespielen. Und wenn es ein bisschen mehr, wenn die Sonne zur richtigen Zeit am richtigen Ort gestanden hätte, wenn der Schiedsrichter nicht so verbohrt gewesen wäre, hätten wir hier wahrscheinlich einen Punkt mitnehmen können. Wie geil ist das denn? Also das ist natürlich der Punkt. Daran muss man sich aufrichten und dann sehen, wie geht es weiter. Dass wir über 90 Minuten trotzdem nicht die Stärke von Bayern haben, das ist auch klar, das hat man auch gemerkt. Spielerische Züge sind nochmal krasse, aber die sind auch Meister geworden, wenn nicht. Aber dass der Margin bzw. dass dieser Abstand gerade geringer wird, das ist schon geil. Das definitiv. Also da können wir uns, glaube ich, ganz viel für diese Saison rausnehmen. Und man muss ja auch dazu sagen, es kann jetzt eigentlich noch auch besser werden. Wir haben jetzt die großen Gegner, Leverkusen, Dortmund, Bayern haben wir jetzt schon weg. Klar, da kommt noch irgendwie Stuttgart und der Dosenklub. Aber wir haben halt die schweren Brocken schon weg. Das lässt er dann auch nochmal vielleicht ein bisschen hoffen. Ich glaube, damit haben wir dann aber auch genug zu Leverkusen gesagt. Dann lasst uns doch mal auf die kommenden Aufgaben schauen. Marvin, du hast es schon gesagt, die Eintracht spielt morgen Abend im heimischen Stadion um 18.45 Uhr gegen den Fußballklub Riegers. Er ist momentan Tabellenführer der lettischen Liga. Und wir befinden uns damit in dem Wettbewerb, den wir alle so lieben, der uns auch irgendwie zu liegen scheint. Wir haben das Heimspiel, das ist volle Hütte, soweit ich das heute in der Spieltagspressekonferenz verstanden habe. Also alles bis auf den Gästeblock, wobei da ich schon 900 Gästefans aus Lettland anreisen durchaus auch stabil finde. Das wird auf jeden Fall eine geile Kulisse. Und wir knüpfen da ja auch hoffentlich an das an, was wir gegen Besiktas gesehen haben, nämlich eine hochmotivierte, hoch fokussierte Eintracht-Mannschaft. Wie ist denn so eure Gefühlslage, wenn ihr auf morgen guckt, auf das Spiel? Marvin, fang du mal an. Du willst ja gleich auch dich in den Feierabend begeben. Ja, ja, alles gut. Ich habe Bock, ich habe Bock, weil nach dem ersten Auftritt der Eintracht zu Hause europäisch ist noch ein bisschen Luft nach oben. Da sind drei Tore gefallen, aber wir haben auch drei Tore gefangen. Und da habe ich eigentlich gedacht, okay, das war ja nicht so richtig gut. Dann haben wir es natürlich in Istanbul mehr als herausragend wieder gut gemacht. Aber jetzt wird es natürlich Zeit. Die Riga müssen wir jetzt auch nicht stärker reden als sie sind. 18.45 Uhr geht es los. Und das ist natürlich ein Spiel, das die Eintracht gewinnen muss. Und was schön ist übrigens auch mit ein paar Neuerungen. Can Usun wird einer der Spieler sein, die am Donnerstag dann ihr Startelf, ich weiß gar nicht, ob es Debüt ist, aber ich glaube, Debüt geben. Wie schön ist das? Und ich glaube, das ist auch eine Möglichkeit, die er sehr gerne nutzen kann. Ich kann mir vorstellen, es gibt noch andere Leute wie, keine Ahnung, Baoya oder Matanovic, die ihre Möglichkeit bekommen. Aber das ist ganz gut, denn wir müssen natürlich im Rhythmus bleiben. Das heißt, wir sollten nicht komplett wechseln. Ich würde sagen, in der Defensive, wenn es irgendwie möglich ist, nicht wirklich viel wechseln, weil die müssen wir stabiler halten. Auch ein Drab braucht gerade die Zeit, um wieder richtig reinzukommen. Es ist ganz wichtig, gegen Union die drei Punkte dann mitzunehmen, nächstes Wochenende. Aber jetzt erst mal die lettischen Underdogs da irgendwie zu bejagen und denen drei Punkte abzuringen, das sollte irgendwie das Ziel sein. Und da hoffe ich auf jeden Fall drauf. Ich habe Bock und ich kann mir richtig vorstellen, dass das durchaus eine Partie wird. Da brauchen wir auch ein Eketiki, deswegen würde ich nicht komplett auswechseln auf vorne. Aber Usun und Matanovic, wenn die beiden die Möglichkeit hätten zu spielen, dann könnte daraus ein paar Tormöglichkeiten entstehen. Und dann bitte ein bisschen Vertrauen anschießen, weil wir brauchen jeden Spieler, der da gerade im Kader ist, auch in der Hut, auch in Knauf und so weiter und so fort. Und wenn die jetzt mal die Einsatzzeit haben, dann bin ich optimistisch, dass wir sagen können, super, das hat geklappt. Drei Punkte gegen einen machbaren Gegner. Die Auswärtsbrocken sind dann wieder die harten Dinge. Aber die Heimspiele musst du gewinnen, wenn du, das ist halt ganz wichtig, die Zwischenrunde vermeiden willst. Also Topmüller hat heute in der Spieltagspresse-Geranferenz, wo ja auch bestätigt wurde oder quasi schon vorverkündet wurde, dass Usun sein Startelf-Debüt gibt, ist ja auch darauf angesprochen worden, ob dann eventuell, das war, glaube ich, auch das, worauf du hinaus wolltest, ein Mamusch mal ein Päuschen bekommt und dafür ein Matanovic vielleicht spielen könnte. Da war er eher zurückhaltend und hat gesagt, es wäre wichtig, wenn man schon irgendwie mit Usun da jetzt jemanden reinbringt, dass dann das Gefüge rundherum stabil bleibt und dann da halt eben nicht so viel Verwirrung ist, was für mich so ein Ziel dafür ist, dass Matanovic vielleicht eher Einwechselspieler als Startelf-Spieler ist. Auf die Frage hin, ob man vielleicht in der Verteidigung irgendwie Rotation sehen könnte, da war er eher so ein bisschen ausweichend und meinte von wegen, ja, da wird schon der ein oder andere in nächster Zeit noch Spielzeit bekommen. Also ich könnte mir von daher vorstellen, dass vielleicht eher in der Defensive, weil ich jetzt auch nicht weiß, wie gut jetzt Koch mit seinem, der hatte ja hier Leistenprobleme, wie sehr das irgendwie ausgestanden ist, ob da nicht vielleicht eher die Rotation stattfindet in der Startelf als in der Offensive. Aber können wir ja dann gleich nochmal gucken. Dennis, wie ist denn so dein Gefühl auf das morgige Spiel? Wie heiß bist du? Heiß auf jeden Fall, gerade, ihr habt es schon schön gesagt, gegen Istanbul natürlich, wir sind einfach in dem Wettbewerb angekommen. Es macht mir nur ein bisschen Sorgen, wie ihr schon sagt, ein Underdog, der auch unter anderem Galatasaray ja auch beim letzten Euroleague-Spieltag geärgert hat, mit einem 2-2. Nachdem sie 2-0 zurückgelegen haben zu Hause, muss man sagen. Das ist halt schon genau so Sachen, da merkst du einfach, es ist gefährlich. Die sind Erste, bei denen ist auch, glaube ich, ja dann die Runde jetzt in zwei Wochen dann auch fertig. Also sie sind so gut wie Meister. Wir haben noch drei Spieltage, sind drei Spieltage vor Schluss, das hatte ich vorhin extra nochmal nachgeguckt. Sechs Punkte vorne dran. Also sehr wahrscheinlich, dass sie wieder Meister sind. Haben ja auch international schon Spiele gemacht. Sie haben ja erst die Champions-League-Quali gemacht, sind da rausgeflogen, sind dann in die Euroleague-Quali gekommen und haben sich da dann durchgesetzt. Also die haben schon ihren kompletten Spielkalender so zu 95 Prozent irgendwie absolviert. Ist schon krass. Ich hoffe ja auf Ermüdungserscheinungen, aber das ist ja immer so. Nein, also Bukarest hat ja 4-1 gewonnen gehabt, auch beim ersten Spieltag. Wenn wir das souverän runterspielen und deshalb diese Gefahr, da bin ich voll bei Marvin, du musst einfach aufpassen, dass du hier jetzt nicht einfach nur des Wechseln Willens wechselst, sondern es muss auch Sinn machen, in die Abwehr da jetzt auseinanderzureißen und Spieler zu schonen, weil man Angst hat, dass die Spielzeit etwas einfach überlastet. Da bin ich tatsächlich, sollte man vorsichtig sein, denn der Kalender ist auch bei uns proppenvoll. Wenn du die Zwischenrunde umgehen kannst, hoffe ich einfach drauf, dass da nicht wild einfach nur um die Leute mal ein bisschen auf die Bank zu schicken, wenn wir einen Kader sehen, wo wir eigentlich schon sagen, das wirkt schon eher wie B-Elf-Charakter, um einfach den Spielzeit zu geben. Das wäre bitter, das würde mir nicht gefallen. Das Gefühl habe ich überhaupt nicht. Also das war auch so ein bisschen ja das, was Topmüller dann in der Spieltagskonferenz, Pressekonferenz heute gesagt hat, dass man das Thema sehr ernst nimmt, dass man da die maximale Punktzahl mitnehmen will und dass man da auf jeden Fall eine Mannschaft aufstellen wird, die in der Lage ist, das zu bringen. Also das machte jetzt nicht den Eindruck auf mich, von wegen wir unterschätzen und rotieren zu viel, sondern das war dann eher so sehr punktuell, da wo es halt gerade aus belastungssteuerungstechnischen Gründen oder vielleicht auch aufgrund von Trainingsleistungen, die überzeugen oder, und das hat er ja auch ausgeführt, die halt dann einfach zu dem System, was man vom Gegner erwartet, irgendwie passt, dann wechseln wird und nicht, um jetzt hier irgendwie einfach Spielzeit wahllos zu verteilen. Also das Gefühl hatte ich auf gar keinen Fall, sondern dann ist man, man ist sehr bewusst darauf, da die volle Punktzahl mitzunehmen und auch daraus zu lernen, was man halt eben im ersten Spiel gegen Pilsen, Marvin hat das gerade eben angesprochen, da ja quasi vergeigt hat, dass man so ein bisschen sehr nachlässig geworden ist und vielleicht diese Situation, auch wenn man sie vorher besprochen hat, nicht mehr in der Konsequenz am Ende irgendwie umgesetzt hat und damit dann irgendwie ins Fratzenschneiden gekommen ist. Also das macht überhaupt nicht auf mich den Eindruck, dass man da irgendwie in diese Richtung tendiert. Sehr gut, auf jeden Fall. Wichtig ist ja eigentlich, du musst ja nicht die anderen unbedingt auch rausnehmen, um sie zu schonen. Du kannst ja auch vom Spielstil her einfach einen Gang dann, wenn das Ergebnis passt, habe ich zumindest als Fan auch nichts dagegen, wenn es mal dann irgendwann anfängt, mal einen Gang zurück auf den Platz, die Bälle mal ein bisschen hin und her geschoben, Balke, Besitz statt, ja ich sage jetzt mal diesen Überfallfußball, glaube ich, ist ihm keiner böse, wenn das morgen dann auch mal so sein sollte. Das Ergebnis muss am Ende stimmen. Marvin hat es wunderbar gesagt, es ist ein Gegner, musst du eigentlich die Punkte, und das ist, wenn du den Anspruch hast, in der Euroleague was noch zu reißen, oder auch da noch weiterzukommen, ist das eigentlich ein Must-Have, da die volle Punktzahl in Frankfurt. Das ist auf jeden Fall ein Pflichtsieg, und wenn man so die Einschätzung sieht, da gibt es auch, das kann ich gerne nochmal verlinken, im Kicker heute ein relativ gutes, gutes, kurzes Interview zur lettischen Liga, und so zu Rigas vom Oliver, der hatte sich auch bei uns gemeldet und hätte hier was zur Liga erzählt, weil er da ein paar Jahre für die gearbeitet hat. Das hat nur leider terminlich nicht gepasst, von daher verlinke ich euch mal dieses Interview, dass Rigas schon eher so als, ja, unterer Zweitligist oder oberer Drittligist einzusortieren ist, also rein nominell müsstest du da einfach die Punkte mitnehmen, du darfst halt nicht jetzt irgendwie da die Sache trotzdem nicht ernst nehmen, sondern du musst halt trotzdem einfach konzentriert sein und dann sollte das an sich, wenn man rein aufs Papier guckt, für die Eintracht keinerlei Problem sein, aber ja, man muss halt trotzdem aufmerksam sein, weil die wollen natürlich auch jetzt noch die ein oder andere Überraschung mitnehmen, weil ich glaube, denen ist auch klar, die werden jetzt in der Euroleague nicht irgendwie großartig in die Zwischenrunde oder in die Playoffs, sag ich schon, in die K.O.-Runde irgendwie kommen, aber alles, was die jetzt noch an Überraschung irgendwie mitnehmen können, werden die wahrscheinlich auch tun, also da wird auch eine gewisse Motivation von denen auf dem Platz unterwegs sein. Ja, damit können wir aber, wir haben ja jetzt nichts mit zu schaffen, ist halt jetzt einfach so, aber das sollte uns wirklich egal sein, weil für uns ist es tatsächlich das Ziel, ich meine, wir brauchen ja, wie gesagt, ich verstehe das und ich finde es auch gut, dass wir darauf hinweisen, aber wir brauchen die auch wirklich nicht stärker machen, als sie sind. Das ist ein interessanter Gegner, der halt noch interessanter wäre, wäre es auswärts, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte so Bock, nach Riga zu fahren, ja, ich hätte so Bock, irgendwie einen schönen Auswärtstrip zu machen. Ich glaube, da würde sich Riga unfassbar gut anbieten, ja, sehr, sehr schade, dass es nicht der Fall ist. Gut, kann man nicht ändern, ich glaube, ich war auch schon mal kurz in Riga und bin dann weitergefahren, aber es ist auch so, dass jetzt auch von den Spielern her, da sind ein paar interessante Kicker dabei, aber wir brauchen jetzt, nichts muss uns bis ins Mark erschüttern, das ist halt einfach so und dementsprechend muss die Eintracht einfach nur ihr 1B-Anzug anziehen und den seriös, ja, mit dem seriös unterwegs sein und dann wird das auch klappen, da bin ich ganz überzeugt. Wir brauchen auch nicht so denken, dass die, also die Eintracht ist jetzt auch keine Mannschaft, bei der unfassbare Schwächen gerade zutage treten. Ich meine, selbst wenn, selbst bei dem 3-3, was uns geärgert hat, da war es natürlich in der Offensivbewegung gut, in der Defensivbewegung sind auch zwei, ja, Sonntagsaktionen irgendwie dazugekommen, was man auch übrigens ganz gerne vergisst, wenn man jetzt die ganze Zeit Kawa Santosh verherrlicht, ja, das ist auch, wo wir auch da gesagt haben, Leute, behaltet den Ball, haltet den Ball flach, der macht seine Fehler, der ist ein junger Torhüter, die hat er beim ersten Heimspiel in der Europa League gemacht und die hat er im zweiten, hat er super gehalten, klar war dann am Ende auch ein Ding dabei, aber der wird seine Zeit haben, genauso ist es jetzt auch so bei dem Kevin Trapp, auch der kommt jetzt erst mal wieder rein, auch der hat einen kleinen Fehler gemacht, so klein war er nicht, aber hat einen Fehler gegen Leverkusen gemacht, aber das gehört alles zu diesem Prozess dazu, ansonsten glaube ich, ist die Eintracht stabil genug, um zu sagen, okay, wir werden gegen Riga auf jeden Fall bestehen können, tatsächlich ist es leider ja auch so, leider aus Riga-Sicht, dass ein paar wichtige Stürmer, die sie haben, ja alle verletzt sind, da ist ja wirklich einiges nicht der, was normalerweise hätte spielen können, also insofern wird wir uns schon irgendwie darauf einstellen können, dass das eher ein, naja, ein zähes Spiel werden könnte, wenn wir nicht früh genug das erste Tor machen, aber ich bleibe optimistisch. Ja, ja, das definitiv und ich glaube auch, wenn wir da irgendwie stolpern, dann wahrscheinlich weniger über den Gegner, als über unsere eigenen Füße. Das glaube ich auch. Aber was glaubt ihr denn, was glaubt ihr denn, aufstellungstechnisch, wie die Eintracht da dann unterwegs ist, also Usun wissen wir ja jetzt schon, der wird ja irgendwie in der Offensive dann irgendwie logischerweise auftauchen, die Frage ist dann halt eher für wen, also wen würdet ihr, fangen wir vielleicht ganz konkret damit an, wen würdet ihr dann für Usun rausnehmen? Ich glaube, dass Mamouche mal eine Pause brauchen könnte, tatsächlich, mit Eki Tike, denke ich, ist auf jeden Fall jemand, Marvin hat es ja schon gesagt, wenn er auch ein bisschen Zug und Bahn bekommt, ist er, denke ich, für mich trotzdem als Nebenmann für Usun eine gute Aufstellung vorne. Wie seht ihr es denn? Oder denkt ihr, Martanovic oder sowas kommt auch noch vielleicht mit rein? Also mein Gefühl ist, wir bleiben im Sturm weiterhin, erstmal am Anfang mit Mamouche und Eki Tike und wechseln dann eher. Ich könnte mir vorstellen, dass dahinter dann eher so ein Usun und Götze Ding sein wird. Das wäre so mein Gefühl. Ja, ja, finde ich auch, finde ich beides spannend. Also ich würde auf jeden Fall Götze drin behalten. Ich glaube, der würde dem Spiel auf jeden Fall sehr, sehr gut tun. Der würde auch noch mit Usun gut tun. Dementsprechend kann ich mir das auch gut vorstellen. Also ich bin momentan auch unschlüssig, weil die Frage ist, sollen wir ganz viel Rotation machen, da Hut dann auch jetzt noch reinpacken oder so. Also ich glaube, Usun wird spielen, Eki Tike auch, Götze auch, dann müssen wir mal gucken. Usun und Martanovic haben wir ja gesagt, eher nicht. Dann könnte natürlich auch Mamouche weiterspielen. Also es bleibt spannend. Ich höre mir das auf jeden Fall noch an, was ihr da jetzt herausklappüstet. Ich muss jetzt leider schon mal ins Bettchen und mich auf morgen vorbereiten, aber ich werde auf jeden Fall noch lauschen, was ihr dann sozusagen habt. Macht's gut, ihr Lieben. an dir einen guten schönen Tag. Machen wir mal lieber, mach's gut. Genau. Ciao, ciao, mein Lieber. Tschüssi. Ja, also ich glaube, offensiv wird es beim Mamouche Eki Tike bleiben. Das ist zumindest das, was ich aus dieser Spieltagspressekonferenz, auf die ich jetzt irgendwie zum 800. Mal gefühlt referenziere, herausgenommen habe. Und ich glaube, dass Usun Götze ganz gut funktionieren könnte. Dann hast du so den jungen Willen und du hast einen erfahrenen Haudegen nebendran. und Topmüller hatte ja auch gesagt, dass einfach auch so ein funktionierendes Umfeld dann auch wichtig ist, wenn man so junge Spieler dann da auch irgendwie ins kalte Wasser in Anführungszeichen wirft. Also von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass Götze da der Richtige wäre. Bei dir rotiert Ebimbe raus. Es kommt jetzt drauf an, auf welches Spiel du guckst. Wenn wir jetzt auf das letzte Spiel gegen Leverkusen gucken, dann wäre es Ebimbe ja. Also ja, ich hätte ja gesagt, was mich, was ich noch interessant fand, es gab aber doch auch diese Bemerkung, was du ja auch vorhin, glaube ich, schon nochmal gesagt hattest, mit der Abwehr, mit der Verteidigung, dass da vielleicht noch ein Wechsel stattfinden soll. Da bin ich halt gespannt, es hieß zumindest, irgendwo habe ich es auch gelesen, dass Amondar da ein großer Kandidat für einen Einsatz wäre. Marvin hat es gerade schon angesprochen, Dahoud ist für mich auch jemand, der eigentlich sehr gut, wenn er fit ist, für so ein Spiel passen würde. Gerade die Doppel-Sechs war ja, ich sage jetzt mal, okay, aber jetzt auch nicht überragend besetzt. Ich glaube, das Larson-Spiel, da brauchen wir jetzt nicht irgendwie großartig drüber diskutieren, der ist meiner Meinung nach gesetzt. So, jetzt ist die Frage nebendran. Im Spiel gegen Leverkusen haben wir Tutor da gesehen, da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Mir auch nicht. Skiri wäre ja der andere logische Kandidat, der aber ja auch nach wie vor hier, finde ich, seiner Maximalform hinterherläuft. Und was ich so an der einen oder anderen Stelle gelesen habe oder zwischen den Zeilen gelesen habe, ist, dass er da auch irgendwie so ein Stück weit angezählt ist. Ich würde tatsächlich, also ein bisschen Rotation glaube ich schon wird stattfinden, ich würde so ein Dahoud neben Larson sehen. Würde mir gefallen, auf jeden Fall. Wobei ja Skiri auch am letzten Spieltag nur zehn Minuten gespielt hat oder so. Ja, aber es hat ja keine Gründe. Ja, 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 auf jeden Fall. Zumindest auch mal ohne Maske. Vielleicht ist es ja wirklich so was, was ihn ein bisschen weiterbringt. Aber so eine Pause, wie du sagst, ich glaube auch für den Kopf und wir haben ja gesehen, ich glaube noch letzte Woche haben wir ja drüber gesprochen gehabt, dass Dino da ja ein sehr, sehr durchlässiges System hat. Also wenn die Trainingsleistung stimmt, denke ich, ist Skiri auch ruckizucki wieder mit, auch im Startelf-Bereich drin, wenn er die Performance zeigt. Aber wir haben ja die ganze Zeit auch drüber gesprochen, ist ja bei uns auch so ein bisschen aufgefallen und das leider nicht nur positiv die letzten Wochen und Monate. Also ich würde auch sagen, tatsächlich mit einer Dahoud-Larson-Kombination kann ich gut arbeiten, wobei man so ein bisschen aufpassen muss, was willst du denn hier eigentlich auch aufstellen? Wie willst du denn spielen? Wie willst du den Fokus? Welches System respektive auch welche Ausrichtung? Ist das jetzt was, dass du sagst, okay, ich versuche so ein bisschen im eigenen Stadion den Ball zu führen, ich will ein bisschen Ball halten und will im Endeffekt mit Nadelstichen wirklich das Spiel machen? Oder versuche ich auch Riegas mal ein bisschen spielen zu lassen und eher überfallartig dann die Tore zu machen, weil das liegt uns ja eigentlich vom Prinzip her sehr gut. Das liegt uns vom System her sehr gut. Ich glaube einfach, der Gegner passt da nicht. Also für dieses überfallartige Konter brauchst du Räume, da brauchst du auch eine Mannschaft, eine gegnerische Mannschaft, die dir auch diese Räume ermöglicht, die vielleicht auch so ein Stückchen mehr das Spiel irgendwie macht. Riegas hat jetzt in dem ersten Spiel, da haben sie auswärts gespielt, da haben sie, was hast du gesagt, 4-1 war es glaube ich, 4-1 gegen Bukarest. 1 auf den Deckel gekriegt, zu Hause ist das wieder eine andere Nummer. Die werden schon auch von der heimischen, von der Eintracht heimischen Kulisse da morgen durchaus sehr, ja, impressed sein. Also ich glaube nicht, das ist ja die Frage, ich habe die Spiele nicht gesehen leider, ob die versucht haben das Spiel zu machen und es einfach in die Hose gegangen, zum Beispiel da in Bukarest, das ist das Problem, ich habe es leider nicht gesehen. Ich auch nicht, aber ich glaube schon auch, dass sie eher mit so einem, ja, vielleicht mit einem etwas defensiv orientierteren System da irgendwie agieren werden. Also ich glaube, die werden dir nicht so viele Räume anbieten, dass du jetzt mit Überfallkonter da irgendwie großartig agieren kannst. Also dann hat sie es aber doch auch schon, dann müssen wir ja eher schauen, dass wir ein bisschen spielstärkere Spieler haben und da ist ja einer wie der Hut auf jeden Fall, denke ich, für diese Doppelsex definitiv besser geeignet als ein Tutor. Ein Skiri, wenn er gut drauf wäre, könnte der auch passen. Dann wäre das normalerweise ja die optimale Positionsgetreue. Jetzt haben wir, wen wir gar nicht drin haben, ist ja ein Spieler, ich weiß nicht, der müsste wieder fit sein, war ja in, bei Leverkusen nur rausrotiert, weil er krank war, ein Knauf, der natürlich auch mit Tempo und Co. kommen kann. Die Frage ist, du hast es gerade gesagt, hast du überhaupt die Räume, um das Tempo zu gehen? Die Räume und für wen würdest du ihn halt eben bringen? Also ich meine, dass Usun Startelf spielt, das ist ja Gesetz, das wird sich ja jetzt auch nicht mehr ändern, das sei denn, der fällt jetzt irgendwie krankheitsbedingt irgendwie aus, aber ansonsten ist der ja irgendwie gesetzt. Wo willst du ihn denn halt sonst noch irgendwie bringen? Du könntest irgendwie aus der Offensive jemanden rausnehmen und dann halt eher mit so einem Dreier-Mittelfeld dahinter. Du willst die vorne nicht aus dem Flow nehmen. Du könntest natürlich auch sagen, wir brauchen nicht so viel defensive Absicherung und du sagst halt, wir spielen halt nur mit einem Sechser, dann hättest du halt eben ein bisschen mehr Möglichkeiten, dann könntest du einen Götze in die Mitte setzen und einen Usun und einen Knauf halt eher so ein bisschen mehr auf die Außen. Dass du dann eher in so einem 4-1-3-2 irgendwie agierst. Also fangen wir mal so rum an. Fünferkette halte ich für komplett absurd, die werden wir an dem Spieltag nicht sehen. Das wird eine Viererkette. Geht man mal von aus, ja. Du brauchst keine Fünferkette und offensive Außenspieler, boah, weiß ich nicht. Ja, auch vom Tempo her, ich will auch Knauf hier nicht ins System reindrücken. Nicht, dass du mich falsch verstehst, aber es sind so ein paar Kandidaten, wo du eigentlich sagst, auch ein Chaibi, den wir jetzt hier gar nicht in dem Bereich offensiven Fußball mit eingepflegt haben in die Startelf, der auch das letzte Mal auch wieder erst in der 70. eingewechselt wurde, wo du sagst, wenn du eine Rotation und ein bisschen Spielzeit bringen willst, Verlust, ich bin bei euch beiden, da bin ich genauso, Marvin hat es vorhin auch nochmal angesprochen, mit Götze, das ist für mich auch ein ganz wichtiger Spieler und der ist jetzt gerade wieder im Kommen. Auf jeden Fall Spielzeit. Mamouche, eigentlich wärst du bescheuert, wenn du deine schärfste Waffe nicht zumindest mal anfangen lässt und idealerweise sind schon, ist das Spiel schon sehr früh durch irgendwelche Aktionen entschieden, dann kannst du auch drei Nummern oder drei Gänge zurückschalten auf den Platz. Das finde ich eigentlich auch schade, wenn du die Kombination von einem Mamouche-Equite rausnimmst. Deshalb bin ich schon, René, nicht, dass du da denkst, wen wollen wir da jetzt reindrücken. Es sind nur so ein paar Namen, wo du einfach sagst, wow, da siehst du auch, wie toll unser Kader mittlerweile auch in der Breite teilweise ist, nämlich gerade in der Offensive, wenn du schaust, ein Shaibi, ein Knauf, ein Ebimbe, ja gut, wenn du dann noch die Doppel-Sechs mit ein bisschen Offensive mit reinnimmst und sagst, Dahoud und Skiri und so weiter, die ja dann im Endeffekt gar nicht jetzt momentan als Startelf unbedingt in Betracht kommen, sondern vielleicht jetzt mal rausrotieren, ist das schon echt ein gutes Zeichen, weil das zeigt, dass wir wirklich gut aufgestellt sind und dass wir uns hier Gedanken machen müssen und sich die Startelf nicht automatisch aufstellt, ist auch gut, allein schon für die Belastungssteuerung. Aber ja, um zum Thema zurückzukommen, sorry, ich bin ein bisschen auch wieder ab, weil einfach Knauf mich irgendwie im Kopf, weil Europa League gehört für mich Knauf immer wieder zu. Ja, ist ja klar. Deshalb, aber ja. Ich glaube, Knauf wäre für mich eher so ein Wechselkandidat. Gerne, 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 gerne. Also wenn ich meine... Aber jetzt hatte ich dich vorhin unterbrochen, genau. Also du hast auf jeden Fall gesagt Viererkette und keine Außenverteidiger. Also ich wäre... Von meiner Aufstellung, wir haben es ja jetzt schon von vorne angefangen, ich glaube, Mamouche, Erketeke bleiben weiterhin erstmal in der Offensive. Dahinter Götze, Usun als Spielmacher, Alpfügelspieler, irgendwas in der Richtung. Dann hast du Larsson und Dahoud, die beide auch mit ihren Pässen da das eine oder andere nochmal irgendwie bringen können, die Ideen haben, die auch so ein bisschen als Motor im Mittelfeld irgendwie agieren können. Und in der Viererkette, ich sehe tatsächlich nochmal Wechsel in der Abwehr, vielleicht auch, um Koch da jetzt nochmal irgendwie so ein bisschen Poison zu geben, meine Abwehr wäre Theat-Linksverteidiger, Christensen-Rechtsverteidiger und in der Mitte Armondor und Tuta. Das wäre so meine Aufstellung. Da darfst du jetzt, darfst du gerne dagegen argumentieren und sagen, ich hätte irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas Komisches gegessen und würde mir hier Zeug einbilden. Nein, die Pilze waren offensichtlich gut, falls du welche gegessen hast heute. Nee, Nkunku ist auch jemand, den du, glaube ich, gut mit, wie du sagst, Tert und entsprechend Amondar und Christensen. Tuta hat es noch zurückgezogen, als die Innenverteidigung. in die Innenverteidigung, weil ich glaube, Koch würde irgendwie rausrotieren, ist jetzt so meine Einschätzung. Und dann brauchst du halt ja irgendjemanden, der dann da auch so ein bisschen die Erfahrung mitbringt. Deswegen hätte ich jetzt Tuta schon in die Innenverteidigung gesetzt und hätte Amondar da mal ein bisschen Anfangsspielzeit gegeben. Das wäre so mein Plädoyer. Völlig in Ordnung. Ich muss ja eigentlich sagen, wenn ich es nicht aus dieser Vorberichterstattung so ein bisschen rausgehört und was du ja auch schon gesagt hast, man das entnehmen konnte, dass da ein Wechsel stattfinden könnte in der Verteidigung, würde ich gar nichts groß ändern und würde mit der Besten, damit die sich einfach ein bisschen einspielen können. Marvin hat was Wichtiges vorhin gesagt. Ein Drab, der braucht Spielzeit, der braucht aber genauso gut die Abstimmung mit seinen Vorderleuten, gerade bei den Situationen, wo Bälle mal von der Seite reingeschlagen werden, Strafraum beherrschen und so weiter. Das ist immer ein Thema bei den mit Spielzeit und Abstimmung mit deinen Vorderleuten und ich glaube, dass wir hier gerade auch so ein Spiel gut nutzen könnten, um auch im Realmodus das noch ein bisschen zu verfestigen. Deshalb bin ich da kein Freund, zu viel umzustellen, aber wie du schon sagst, du hast ja schon so die Säulen, Theat, Christensen und Tuta nimmst du wieder mit nach hinten. Normalerweise, wenn wir es so aufstellen würden und hätten, die würden alle spielen, würde anstatt Amandar einfach Koch noch mit rein, da hast du wieder deine vier. Also dementsprechend alles okay. Für meinen Geschmack dürften sie auch gerne die vier sein mit Koch, der auch mit anfängt und irgendwann kriegt er dann, wenn es passt, auch gerne eine Auswechslung. Ich würde eigentlich mit den vier anfangen, wenn Amandar aber sich anbietet und reindrückt und man sagt, oh und hier hat man jetzt jemand wirklich eine Pause nötig, vielleicht auch vom Kopf her, nicht mal nur körperlich, dann soll das gerne so sein. Also ich glaube auch, dass der Leistungsverlust hoffentlich bei dem Riga-Spiel es nicht spielentscheidend ist, ob jetzt ein Amandar oder ein Koch spielt, weil du es eigentlich durch wahrscheinlich relativ viel eigenen Ballbesitz oder respektive guten Spielzügen es nicht darauf ankommt, ob mal ein, zwei Bälle auch in den Strafraum kommen. Ja, ich hätte jetzt auch großartig in der Innenverteidigung eigentlich nicht gewechselt, aber die Aussagen von Topmüller heute in der Spieltagspressekonferenz lassen mich schon so ein bisschen vermuten, dass da eine kleinere Rotation irgendwie drin ist und das klang für mich auch eher so nach Rotation in der Startelf und nicht, wir wechseln irgendwie zeitig, weil das machst du ja so oder so. Von daher war das jetzt so der Anlass für mich, da was zu ändern. Ansonsten hätte ich da auch gerade in der Innenverteidigung die maximale Kraft irgendwie rausgeholt. Gar nicht so sehr, um jetzt irgendwie zu sagen, dass Trap das irgendwie braucht. Ich glaube, Trap ist da erfahren und sicher genug und ich finde auch, dass man diesen Fehler, den er da gemacht hat, ein bisschen zu überbewertet. Das war halt eine Entscheidung innerhalb von Millisekunden. Er ist rausgegangen, hat festgestellt, der Ball nimmt nochmal irgendwie eine andere Kurve. Da kam er jetzt nicht anders da rein als mit dem Bein. Das zeugt dann ja auch ein Stück weit von der Qualität des Keepers, das dann in diesem Bruchteil an der Millisekunde zu erkennen und dann trotzdem da noch irgendwie einen Weg zu finden, irgendwie dran zu kommen. Wenn der jetzt nicht einfach in dieser Bogenlampe Boniface da auf den Kopf gefallen wäre, wäre da auch nichts großartig passiert. Dann hätte da auch keiner großartig irgendwas gesagt. Also man darf das jetzt auch, glaube ich, nicht überbewerten. Da bin ich voll bei dir, wobei man sagen muss, ist, das ist eigentlich ein Indiz dafür, dass er zu wenig Spielzeit einfach hatte, weil diese Situation gerade mit der schnellen Entscheidung sich, deshalb sagt man ja auch bei den jungen Spielern viel Zeit, weil genau diese Situation, in der man normalerweise, wenn du es dir anschaust, René, und auch, glaube ich, alle würden sagen, Mensch, warum geht er denn mit dem Fuß so nett mit der Hand? Natürlich ist es, weil es gerade in der Situation, aber ich glaube, das ist auch dem geschuldet, dass er einfach die Spielzeit vorher nicht hatte, weil er verletzt war und so weiter, alles gut. Jetzt muss man aber gucken, dass man ihm die Spielzeit und auch die Sicherheit gibt und umso mehr Sicherheit und umso mehr Spielzeit du hast, umso mehr bist du auch wieder mit Selbstbewusstsein dabei, auch wenn ich bei Trapp glaube, dass er das Selbstbewusstsein generell schon hat, da, glaube ich, brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Trotzdem, jedem tut es gut, wenn du im Endeffekt souveräne zu null wäre auch mal wieder top, muss man auch dazu sagen, habe ich auch gar nichts dagegen, dass du einfach Stabilität in diesen Rhythmus bekommst. Wir haben immer gesagt, vorne muss es passen, vorne musste viele Tore idealerweise schießen, musste effizient sein und so weiter und wir haben leider gesehen, dann so Spiele wie das Pilsenspiel, wenn dann hinten einfach zu viele gewinnst du es, obwohl du drei Tore vorne geschossen hast, am Ende nicht und das ist einfach was, glaube ich, jetzt gegen Rigas nicht, aber nur für die Zukunft trotzdem umso mehr Selbstbewusstsein du allen Beteiligten hier geben kannst aus so einem Spiel, umso besser ist es, glaube ich, auch für das ganz wichtige Spiel dann auch am nächsten Wochenende gegen, also in diesem Wochenende gegen Union. Ja, das ist richtig. Gut, dann haben wir noch eine letzte Amtshandlung für das morgige Spiel, nämlich die Frage nach einem Ergebnistipp. Jetzt hat sich Marvin hier schon sehr erfolgreich aus der Affäre gezogen, von daher kann ich nur noch dich fragen, Dennis, wie glaubst du denn, dass dieses Spiel morgen ausgeht? Ich hoffe auf ein 3-0. Das hast du in dem Moment gesagt, wo ich bei mir, bei meinem Tipp ein 3-0 hingetippt habe, das war jetzt unabgesprochen, das wäre allerdings auch mein, mein Tipp für dieses Spiel. Okay. Also das Potenzial ist definitiv bei uns da und es wäre wirklich schön, wenn wir mal wieder zu Null ausspielen würden und nicht so eine Zitterpartie am Ende, auch wenn es im Stadion, ja, ich bin ja morgen auch und du ja, glaube ich, morgen, René, bist du auch da? So ist der Plan, ja. Dementsprechend schauen wir das ein bisschen feiern zusammen im Stadion, ist ja immer auch sehr nett, nur es muss nicht ganz so spannend sein. Es muss nicht so spannend und dramatisch sein, wir nehmen auch einfach mal, wie du es vorhin gesagt hast, einfach so ein, so ein etwas ruhigeres Spiel, wo man einfach auch weiß, okay, wir ab der 60. Minute, wir können jetzt einfach irgendwie, wir können ein bisschen rotieren, wir können mal einen Gang irgendwie rausnehmen, wir können noch die einen oder anderen Nadelstich setzen, aber wir müssen nicht auf Biegen und Brechen jetzt noch bis zur 92. Minute irgendwelche Sturmläufe machen. Ja. Ja, das wäre schön. Fände ich auch. Wenn es am Ende, ich nehme es auch, wenn wir am Ende gewonnen haben, weil das ist wirklich wichtig, ich habe schon gesagt, das wäre das Wichtige, Zwischenrunde, jetzt die drei Punkte, super wichtig. Gewinnen, die drei Punkte mitnehmen, dann haben wir schon mal sieben Punkte in, Entschuldigung, in dieser Liga-Phase, wo ja keiner auch noch so nicht so richtig weiß, wie viele Punkte es am Ende des Tages wirklich braucht, um in die nächste, in die nächste Runde direkt zu kommen. Ich glaube aber, wenn du sieben Punkte hast, dann bist du schon mal ziemlich gut unterwegs, was dieses Thema zumindestens dieser Zwischenrunde noch irgendwie angeht, was du ja schon mal die Tür so halb geöffnet hast, da wäre das auf jeden Fall wichtig und für den Rest müssen wir dann einfach gucken, wie es irgendwie ist, wie sich das gestaltet und wie viele Punkte man tatsächlich braucht, um da einfach direkt irgendwie durchzugehen, ohne da jetzt irgendwelche komischen Zwischenrunden noch spielen zu müssen. Aber da sollten wir auf jeden Fall die Punkte mitnehmen, das wäre, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ja, das Programm wird nicht leichter. Wenn man überlegt, ich glaube, das letzte Spiel ist ja dann Rom oder sowas, da hat keine Lust. das wird richtig eklig und das wird, da bin ich auch nach wie vor von überzeugt, ohne Gästefans irgendwie stattfinden. Also da werden wir uns auf jeden Fall auf was einstellen müssen, aber auch generell werden jetzt natürlich die nächsten Runden nicht einfacher. Das nächste Spiel, was wir ja dann haben, ist zu Hause gegen Prag in zwei Wochen. Da könnte man jetzt auch noch sagen, dass da irgendwie was mitzunehmen ist, aber Prag ist natürlich auch nochmal ein anderer Gegner als jetzt Riegers. Wenn wir jetzt nur auf die... Den haben wir da, Slavia Prag ist das, dann haben wir ja nach einer erneuten Länderspielpause, ich freue mich so auf diese Länderspielpausen großartig, haben wir ja dann das Auswärtsspiel bei Midtjylland und dann kommt auswärts Lyon. Da müsste Lyon sein, ne? Genau. Und dann müsste, glaube ich, nur noch Rom kommen. Genau. Und da will ich auf jeden Fall... Ne, 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 da kommt doch noch Budapest dazwischen. Da kommt noch ein Heimspiel dazwischen. Budapest, zwischen Lyon und dann kommt erst Rom. Rom ist erst letzte Januarwoche. Hast recht. Hätten wir die Budapester fast vergessen. Aber wäre schon einfach gut, jetzt diese Punkte da auch mitzunehmen, weil generell haben wir einfach auch in den nächsten Wochen sehr viel Programm. Wir haben am Sonntag dann das Auswärtsspiel bei Union. Das wird jetzt auch nicht super einfach. Union wird uns da auch viel abverlangen. Dann haben wir schon wieder eine englische Woche, allerdings dann mit lokalem Pokal, wo wir dann Mittwoch ja gegen Gladbach spielen zu Hause. Und dann haben wir ja zu Hause Bochum. Dann auswärts Stuttgart. Also da kommt schon einfach auch viel noch auf uns zu. Von daher wäre es einfach wichtig, da einen Checkmark zu setzen und da die Punkte komplett gegen Riegers mitzunehmen. Wichtiger Punkt, dass du auch sagst, umso besser wir hier überall performen, umso leichter tun sich natürlich auch die Neuzugänge sich da einzubinden. Jemand wie ein Usun würde sicherlich jetzt überhaupt nicht in der Diskussion stehen, jetzt sofort wieder Spielzeit zu bekommen, wenn die Eintracht komplett am ich sag mal durchdrehen wäre und würde hier ja der Kader würde überhaupt nicht funktionieren bis jetzt, glaube ich, dann hältst du doch oft an ja ich sag jetzt mal den doch gestandeneren Spielern im Kader fest. So finde ich es toll, dass ein Usun seine Spielzeit jetzt definitiv morgen als Startelfdebüt bekommt und ich hoffe auch, dass er einfach in eine funktionierende Gruppe kommt, weil das haben wir ja oft gesehen, waren wir auch oft sehr neidisch bei anderen großen Mannschaften, die junge Spieler sehr früh schon mit einpflegen konnten, weil einfach der Rest des Kaders es mitgenommen hat und du nicht im Endeffekt so diese Einzelspieler Problematiken dann bei der Einbindung hattest. Also hoffe ich jetzt mal drauf, dass Usun da eine gute Rolle morgen spielt. Ich glaube, das ist einfach das Wichtigste und das war ja auch so ein Punkt, den wir in der letzten Saison des Öfteren diskutiert haben, wo wir ja auch neue und junge Spieler mit dabei hatten. Umso mehr das Umfeld funktioniert, umso mehr kannst du dich auf das Anleiten und Integrieren dieser jungen Spieler konzentrieren und musst dich weniger mit dir selbst beschäftigen. Ich glaube nach wie vor, dass das ein ganz großes Thema in der letzten Saison war, dass viel zu viel man sich mit sich selbst immer wieder beschäftigt hat, weil es da halt einfach nicht funktioniert hat. Und klar, das ist natürlich der große Vorteil in dieser Saison bislang, dass das sehr gut funktioniert und dass man deswegen eben auch einem Spieler wie einem Usun, der unbenommen eine absolute individuelle Qualität hat, aber eben dann trotzdem diese Möglichkeit auch in einem wichtigen Spiel geben kann, als Startelf-Spieler da reinzugehen, weil halt einfach das Drumherum einfach auch stimmt. So ist es genau. Perfekt. Ein Satz zu Union am Wochenende. Was glaubst du, wie schwer wird dieses Spiel gegen Union am Sonntag? Ich muss sagen, das wird schon auf jeden Fall einen Brocken geben. Das Problem ist, Union hat, glaube ich, letztes Wochenende gegen Kiel, meine ich ja, gespielt und gewonnen. Wo stehen denn die Unionen? Sind die nicht einen Platz vor uns jetzt sogar nach dem Spieltag? Die stehen einen, genau, die sind einen Platz vor uns mit 14 Punkten, 8 zu 4 geschossenen Toren. Die haben halt eine Niederlage weniger als wir, dafür halt einen unentschieden mehr und die haben am Wochenende 2-0 in Kiel gewonnen, was jetzt auch mit Sicherheit nicht das Maß aller Dinge ist. Nee, ist es nicht, aber du merkst einfach, da ist definitiv auch eine gewisse Stabilität da, wer nach, was sind es jetzt, siebter Spieltag war es jetzt, der achter Spieltag kommt, also merkst schon, dass die auf jeden Fall ernst zu nehmen sind. Wenn du auch die Möglichkeiten hast gegen Union, solltest du schon versuchen, wieder deine Punkte zu machen, wenn du oben dran bleiben möchtest, musst du auf jeden Fall Punkte mitnehmen. Ich glaube aber, es wird ein hartes Spiel. Also ich glaube nicht, dass es einfach, wie siehst du es denn? Denkst du denn? Ja, ich glaube auch, dass es hart wird. Wir spielen ja bei Union. Genau. Und da haben die ja bislang auch gute Leistung gezeigt. Ich meine, sie haben zu Hause auch Dortmund Punkte abgenommen, das was uns ja nicht gelungen ist. Gut, jetzt haben wir in Dortmund gespielt, das ist vielleicht dann auch nochmal ein Unterschied, aber sie haben zu Hause gegen Dortmund gespielt, die haben den Punkte weggenommen, sie haben unentschieden gegen Leipzig gespielt. Also die hatten jetzt auch schon ein paar Schwergewichte dabei, wo sie sich da durchaus gut gezeigt haben. Also es wird mit Sicherheit kein einfaches Spiel. Die sind jetzt vielleicht nicht, was die individuelle Qualität der einzelnen Spiele angeht, auf dem gleichen Niveau, aber die sind halt einfach als Gemeinschaft da unterwegs und die werden beißen, kratzen, fighten bis zur letzten Sekunde. Und da gilt es dann halt auch in diesem Rhythmus zu bleiben und da mit einer gewissen Überzeugung reinzugehen. Umso wichtiger ist es natürlich auch dann jetzt da morgen sich jetzt nicht irgendwie selbst ein Ei ins Nest zu legen, damit du dann eben auch gar nicht großartig irgendwie ins Nachdenken kommst, sondern mit maximaler Motivation und Vertrauen, jetzt nicht Überhöflichkeit, sondern halt einfach Vertrauen in die eigenen Stärken, da am Sonntag in dieses Spiel reingehen kannst. Das wäre so mein Plädoyer. Das gefällt mir auf jeden Fall. Ein Kollege hatte gerade gesagt gehabt, man soll ja auch den entsprechenden Spielplan der Mannschaften vergleichen und schauen. Angeblich hätte Union ja den deutlich leichteren gehabt, wenn ich mir das aber angucke, dass die gegen Leipzig unentschieden gespielt haben und auch Dortmund gewonnen. Gladbach, genau. Also klar, waren jetzt auch Pauli und entsprechend, was du gesagt hast, Kiel am letzten Spieltag dabei und Mainz ganz am Anfang. Trotzdem darfst du nicht unterschätzen. Pauli ist ja auch nicht zu unterschätzen. Also die können, die haben auch Talent, Mannschaften zu ärgern. Klar sind die jetzt als Aufsteiger wahrscheinlich auch nicht das Maß, aber die haben auch durchaus immer mal so einen Moment drin, wo sie einen ganz gut irgendwie ärgern können. Also die machen dir das Leben jetzt auch nicht super einfach. Das ist es ja. Nee, deshalb. Also wenn wir, da sind wir uns aber glaube ich einig, wenn die Eintracht einigermaßen performt, wie auch in der ersten Halbzeit insbesondere gegen Leverkusen und du ein bisschen, na wie sagt man so schön, dich nicht anstecken lässt jetzt von irgendwelchen Nervositäten, spielst deinen Stiefel runter und bekommst die Chancen, die du bekommst, auch relativ effizient ins Tor rein, glaube ich, wird gegen Union definitiv auch gut was drin sein. Das ist einfach so dieser Flow, den du jetzt aufgebaut hast, der darf jetzt einfach nicht gestoppt werden. Deshalb wichtig, du hast richtig gesagt, morgen gewinnen und dann kannst du auch mit einer breiten Brust am Sonntag, Sonntag 1730, dass du da mit einer breiten Brust hinfährst und ich glaube, dann kannst du da auch gute Punkte mitnehmen. Auch in, auch bei Berlin, wo man ja immer sagt, wie du sagst, Festung und so weiter und schwierig und siehst ja auch von der Ausbeute her, dass sich die gegnerischen Mannschaften oft schwer tun. Ich hoffe jetzt einfach mal drauf, dass wir da mit einer breiten Brust auffahren und dann auch entsprechend dort gut performen. Ja, hoffe ich auch. Gut, dann können wir auch das Thema abschließen. Dann habe ich noch zwei, weil ja gerade Buchmesse war, zwei Buchempfehlungen für euch. Das eine habe ich nicht gelesen, das empfehle ich einfach blind und das andere halte ich gerade in meinen Händen. Ich fange mal mit dem an, was ich nicht gelesen habe, wo ich aber glaube, dass es ein sehr interessantes Buch ist und ihr habt es wahrscheinlich auch alle gehört, seit Ende September verfügbar ist das Buch Stimmen der Eintracht. Gab es ja auch eine Vorstellung auf der Buchmesse. Könnt ihr über den Eintracht-Fanshop erwerben und gibt es auch vom hauseigenen Podcast der Eintracht letzte Woche, glaube ich, erschienen, eine Folge zu dem Buch, die kann ich euch auch empfehlen. Verlinke ich euch, könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören und dann auch vielleicht das Buch kaufen. Und das andere ist das Eintracht Frankfurt Trikotbuch, da habe ich freundlicherweise ein Belegexemplar bekommen, da schreibt ja unter anderem oder hat mitgeschrieben Stefan Reich, auch Freund dieser Sendung und war ja auch schon hier mit dabei. Und da findet ihr von 1899 bis heute die Eintracht-Trikots und nicht einfach nur die Trikots abgebildet, sondern es sind auch Geschichten rund um die Jahrgänge, es sind Interviews mit dabei, natürlich sind dann auch immer die entsprechenden Trikots mit dabei, also einfach sehr viel Geschichte auf sehr viel interessant bedrucktem Papier. Also kann ich nur wärmstens empfehlen, kauft es am besten direkt bei dem entsprechenden Verlag, jetzt muss ich gerade wieder nachgucken, das ist glaube ich die Werkstatt, ja genau, auch das verlinke ich euch, ist ein sehr sehr schönes Buch mit sehr vielen Eindrücken zu den Trikots und auch zu den Entstehungsgeschichten und zu den Sponsoren da drauf, also eine volle Empfehlung für alle, die sich mit der Eintracht beschäftigen und die noch Bücher brauchen, die sie in ihr Buchregal stellen können. Es ist ja auch irgendwann, Nikolaus, Weihnachten oder sonstige Anlässe, um mal sowas zu schenken. Genau und man soll sich ja reichlich beschenken, deswegen passt das ja, dass das Buch mit unter anderem von Stefan Reich ist, Entschuldigung, dieser Wortwitz muss da an dieser Stelle irgendwie sein. Alles prima. Genau, also die zwei Buchempfehlungen auch nochmal mitgenommen als Nachklapp zur Buchmesse, ich verlinke euch die beiden Bestellmöglichkeiten in den Shownotes zu dieser Sendung. Und ich glaube, damit können wir für diese Woche den Sack zumachen, oder Dennis? Alles prima, zu spät gekommen, nicht zu früh. Und dann aber bis zum Schluss geblieben, das ist auch immerhin schon mal gut. Zumindest nicht zu früh gegangen. Dann gibt es nur noch einen halben Eintrag ins Klassenbuch. Was ist das dann für ein Brief? Nicht blau, sondern einfach ein Infobrief. Krieg es auf normalen Papier. Türkis. Weiß ich nicht. Nicht ganz blau, der ist nur Türkis. Gut, ist in Ordnung. Akzeptiert. Hervorragend. In diesem Sinne wünschen wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, eine wunderschöne Restwoche. Vor allem die, die morgen im Stadion sind, feiert mit der Eintracht, schreit die Eintracht zu drei Punkten. Alle die, die den Weg auf sich nehmen, vielleicht am Sonntag sogar zur Union zu reisen, was natürlich auch für das reiseinteressierte Völkchen-Eintracht-Fan Sonntag 17.30 eine Herausforderung ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch eine entsprechend große Vertretung im Auswärtsblock bei Union zu sehen sein wird. Also auch da viel Erfolg bei der Reise und auf jeden Fall da auch Punkte mitnehmen. Und dann werden wir in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise über die da kommenden Herausforderungen gegen Gladbach und andere Gegner sprechen. In diesem Sinne, macht's gut. Tschöö. Hey, 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 hey Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.